Wie besteht man eine Musikeignungsprüfung? Was muss man alles dafür können und wissen? Und was ist der Unterschied zwischen einer Aufnahmeprüfung und einer Eignungsprüfung? Darum geht es in diesem Video. Am Ende gibt es dann noch ein paar Tipps, die mir damals meine Musiklehrer mitgegeben haben und die mir dabei geholfen haben, gut durch die Eignungsprüfung durchzukommen. Herzlich willkommen bei Musikunterricht online. Falls ihr euch für Musiktheorie oder musikalische Themen generell interessiert, abonniert den Kanal gerne. Zuallererst muss man mal sagen, dass es jetzt nicht so die einen Anforderungen gibt und dann besteht man jede Musikeignungsprüfung in Deutschland. Die Anforderungen an jeder Uni und vor allem auch in jedem Studiengang, in jedem speziellen Studiengang sind sehr unterschiedlich, weil man kann ja alles Mögliche mit Musik studieren. Man kann Musik und Medien studieren, man kann aber auch Komposition studieren oder Musiktheorie allein oder Harmonielehre zum Beispiel. All das sind Studiengänge, die natürlich auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Mal geht es dann mehr in den technischen Bereich, mal mehr in den musikalisch-künstlerischen Bereich, mal auch vielleicht eher in den praktischen Bereich. Und all diese Studiengänge haben dann natürlich im Detail auch sehr unterschiedliche Anforderungen. Aber es gibt quasi immer so einen gemeinsamen Kern, den man immer können muss, um so eine Eignungsprüfung zu bestehen. Und dann gibt es darum herum sozusagen nochmal so einen erweiterten Kompetenzbereich, könnte man das nennen, wo dann die einzelnen Unis sich immer verschiedene Dinge raussuchen und die dann verschieden kombinieren. Alle genauen Anforderungen zu eurem speziell angestrebten Studiengang und auch zu den einzelnen Unis im Speziellen dann findet ihr jeweils wahrscheinlich auf der Website. Also die meisten Unis haben sehr transparent aufgelistet, was sie erwarten in der Eignungsprüfung. Falls ihr das nicht findet, könnt ihr euch aber auch gerne immer an die Fachschaften wenden, also an die Leute, die bereits studieren, die schon mal die Eignungsprüfung auch gemacht haben. Da gibt es meistens irgendeinen Kontakt irgendwie, den man anschreiben kann, sonst einfach mal anfragen beim Sekretariat oder so. Und da kriegt man dann spätestens Auskunft darüber, was gefordert wird in der Eignungsprüfung. Die Basics, die ich gleich nennen werde, sind allerdings nicht immer explizit aufgelistet. Also es kann schon durchaus sein, dass manche Dinge einfach als selbstverständlich hingenommen werden. Aber das heißt jetzt nicht, dass ihr die nicht können müsst. Also diese Basics, die müsst ihr auf jeden Fall können, wenn ihr eine Eignungsprüfung macht, auch wenn die nicht explizit aufgelistet sind. Diese Anforderungen, die ich gleich nennen werde, die beziehen sich auch hauptsächlich auf klassische Studiengänge. Es gibt dann auch so Popularstudiengänge, wo vielleicht manche Sachen wegfallen könnten, andere dazukommen. Aber selbst bei so technischeren Studiengängen wie zum Beispiel Toningenieurswesen, selbst da gibt es eben auch viele Anforderungen aus dem klassischen Bereich. Deswegen ist das schon auf jeden Fall sinnvoll, diesen Kern, diese Basics, die ich gleich nennen werde, auf jeden Fall zu kennen. Und es gibt auch da viele Überschneidungen. Und was ist dann der Unterschied zwischen einer Eignungsprüfung und einer Aufnahmeprüfung? An manchen Unis und für manche Studiengänge gibt es nur eine sehr begrenzte Anzahl an Studienplätzen. Wenn es zum Beispiel nur sechs Studienplätze gibt und sich aber 500 Leute bewerben auf diese sechs Plätze, dann kann ich natürlich nur die besten sechs rausnehmen. Und nur die besten sechs können dann auch anfangen zu studieren. Da muss ich also eine Aufnahmeprüfung machen. Und selbst wenn man dann der SIP-Beste in dem Jahrgang war und bei der ganzen Eignungsprüfung war, super gespielt hat, perfekt die Musiktheorie beherrschte, in den Theorie-Teilen generell super war, dann kriegt man eventuell trotzdem keinen Studienplatz, einfach weil es noch sechs Leute gab, die etwas besser bewertet wurden. Bei Eignungsprüfungen wiederum ist es anders. Da gibt es meistens eine relativ unbegrenzte Zahl an Studienplätzen. Und wenn man dann eine gewisse Eignung eben vorweisen kann, also zeigen kann, ich kann diese Dinge, die da gefordert werden, für die Seminare, die ich dann später besuche, dann bekommt man eben auch einen Studienplatz. Da geht es dann also darum zu gucken, ist man geeignet dazu, in den Musikseminaren überhaupt zurechtzukommen. Und so sollte man auch selbst diese Prüfungen sehen. Also die sind jetzt nicht dazu da, euch zu sagen, ihr seid ein schlechter Musiker, eine schlechte Musikerin, sondern das sind wirklich einfach Prüfungen, um zu gucken, habe ich schon die Grundkenntnisse, um dann in den Musikseminaren auch wirklich zurechtzukommen. Weil wenn man beispielsweise noch nicht Noten lesen kann, aber dann ein Seminar zur Analyse besucht und da dann auf so einem sehr hohen Niveau eben Stücke analysiert, aber man noch nicht eben Akkorde rauslesen kann aus so einer Partitur, dann wird es einfach schwierig, zurechtzukommen. Und dann nimmt man auch nichts mit aus diesem Studium. Und deswegen sollte man eben auch so die Eignungsprüfung angehen. Man sollte gucken, was brauche ich, um dann gut zurechtzukommen im Studium. Das gibt einem dann auch für das Lernen ein viel besseres Gefühl, weil man eben weiß, ich lerne jetzt nicht, um irgendeine Prüfung zu bestehen, um mich da irgendwie durchzuwürgen oder so, sondern ich lerne wirklich, um selbst etwas daraus mitzunehmen, um dann eben auch Musik auf einem anderen Niveau zu verstehen. In so gut wie jeder Eignungs- und Aufnahmeprüfung gibt es eigentlich drei große Bereiche, nämlich die Musiktheorie, die Gehörbildung und einen praktischen Teil. Was genau da jetzt gefordert wird, was eben der Kern ist, der sozusagen immer gleich ist, und was dieser erweiterte Bereich ist, der immer ein bisschen unterschiedlich ist, darum geht es jetzt im nächsten Teil. Fangen wir da mal mit der Musiktheorie an. Was ihr immer können müsst, ist Noten lesen, und zwar im Violinschlüssel, im Bassschlüssel. Und da muss das auch richtig flüssig sein, also da reicht es nicht, wenn ihr die Noten irgendwie abzählt. Die müsst ihr auf einen Blick erkennen. Außerdem ist es auf jeden Fall ratsam, wenn man auch so ein bisschen den C-Schlüssel schon mal gehört hat, schon mal gesehen hat, weiß, wo das C ist. Und da reicht es dann auch, wenn man eben das einmal weiß und dann die restlichen Töne abzählen kann. In den meisten Fällen muss man das da noch nicht so sattelfest können, dass man da jetzt wirklich die Zeit braucht, dass man das auf einen Blick sieht. Außerdem solltet ihr Intervalle bilden und bestimmen können, und ihr müsst den Quintenzirkel auch auswendig können und euch sehr gut darin auskennen. Sowohl den Moll-Quintenzirkel als auch den Dur-Quintenzirkel. Dann solltet ihr Dreiklänge bilden und bestimmen können, inklusive Umkehrungen und verschiedener Lagen. Und da auch mit dem Begriff ein bisschen vorsichtig sein, das könnte vielleicht so eine kleine Trickfrage geben, weil die Begriffe da umgangssprachlich oft anders verwendet werden als dann in der Fachsprache. Also Stellung beziehungsweise auch Umkehrung, zumindest nach der Definition von Riemann, bezieht sich immer auf den tiefsten Ton und die Lage bezieht sich immer auf den obersten Ton. Dann solltet ihr euch auf jeden Fall mit der Funktionstheorie auskennen. Also da solltet ihr die Grundfunktionen und die Nebenfunktionen kennen und auch Vorhalte, zum Beispiel den Sekundenvorhalt, den Quartvorhalt und den Quartsextvorhalt. Außerdem solltet ihr Dur- und Moll-Tonleitern aufschreiben und erkennen können, dann auch verschiedene Skalen, wie zum Beispiel die Kirchentonleitern oder aber auch die Blues-Tonleiter und auch noch weitere. Und ihr solltet Tonarten erkennen, also Dur- und Moll-Tonarten unterscheiden können und aber auch die plagalen Tonarten unterscheiden können. Dann solltet ihr auch Melodien und Akkorde transponieren können, und es schadet auf jeden Fall auch nicht, so ein paar Komponisten zu kennen. Das wird meistens zwar nicht explizit abgefragt, aber man sollte schon so grob wissen, dass Bach zum Beispiel ein Komponist der Barockzeit war. Und dann gibt es eben noch den erweiterten Kreis. Der wird jetzt nicht überall einheitlich abgefragt, aber da picken sich dann, wie gesagt, die Unis so mal das raus und mal das raus. Also da ist es dann auf jeden Fall sinnvoll, verschiedene Formteile zu kennen, also zum Beispiel zu wissen, wie ist ein Rondeau aufgebaut, wie ist die Sonatenhauptsatzform, aber auch vielleicht, wie ist ein Popsong aufgebaut und so weiter. Man sollte vielleicht Melodien in verschiedenen Stilen harmonisieren können, also zum Beispiel als Volkslied oder aber als Bachchoral oder als romantisches Lied. Bei der Funktionsanalyse hilft es, wenn man auch so besondere Akkorde kennt, zum Beispiel den Neapolitaner, die Sixte Agitee. Es könnte sein, dass diatonische Modulationen vorkommen zum Beispiel, dass man die auch erkennen und eben mit Funktionssymbolen erklären kann. Dann solltet ihr Sept und Septnone-Akkorde auflösen können und generell so ein paar Stimmführungsregeln kennen. Es könnte sein, dass ihr eben da dann vierstimmige Klaviersätze oder auch Chorsätze aussetzen sollt oder einen Generalbass aussetzen sollt, also da dann eben auch die Generalbassbezifferungen kennt. Und vermutlich gibt es noch unzählige weitere Sachen. Wie gesagt, da kommt es sehr stark darauf an, was ihr genau studieren wollt, an welcher Uni ihr studieren wollt. Schaut da einfach nochmal nach. Also es gibt zum Beispiel an der UDK die Anforderung, wenn ihr Komposition studieren wollt, dass ihr dann auch einen Kontrapunkt aussetzen müsst. Das ist jetzt in anderen Studiengängen nicht so üblich, aber schaut da einfach mal auf der Website nach oder fragt auch speziell bei den Fachschaften nach. Okay, kommen wir zum zweiten Bereich der Gehörbildung. Da sind die Basics auf jeden Fall Intervalle hören, nacheinander gespielt und gleichzeitig gespielt, meistens bis zur None oder Dezime. Dur, Moll, verminderte und übermäßige Dreiklänge erkennen. Einfache Akkordverbindungen erkennen, also auch da die Grunddreiklänge und die Nebenfunktion. Rhythmen erkennen, meistens auch mit Sechzehntelfiguren und Triolen. Und einstimmige Melodiediktate, da meistens dann ohne Sechzehntelfiguren und ohne Triolen. Eigentlich alle Beispiele werden dann immer zweimal mindestens vorgespielt. An vielen Unis auch dreimal vorgespielt. Da kommt so ein bisschen auf den Aufgabentyp an. Es gibt so einen Aufgabentyp, wo es dann ums Ad-Hoc-Notieren geht. Das sind meistens aber nur Tonreihen, also wo der Rhythmus keine Rolle spielt, sondern wo einfach atonale Tonreihen gespielt werden. Und die muss man dann Ad-Hoc-Notieren, also in dem Moment, wo man sie hört, eben auch notieren. Ihr kommt aber auch immer ohne absolutes Gehör aus. Das ist ganz wichtig zu wissen. Man braucht ein gutes relatives Gehör, aber kein absolutes Gehör. Es wird euch immer die Tonart angegeben oder der erste Ton. Aber es ist nie notwendig, dass man ein absolutes Gehör hat. Im erweiterten Bereich kann es dann sein, dass zweistimmige Melodiediktate vorkommen, dass man Vierklänge erkennen muss, auch da in verschiedenen Umkehrungen eventuell und verschiedenen Lagen. Dann so Übungen wie Fehler hören. Das bedeutet, man bekommt eine Melodie vorgelegt und die wird an der einen oder anderen Stelle dann mal falsch gespielt. Und da muss man dann notieren, wo die Fehler gemacht wurden. Das sind meistens aber nicht ganz auffällige Fehler. Also es ist jetzt nicht so, dass man da einen komplett falschen Ton spielt, der nicht zur Tonart gehört. Sondern es sind halt eben dann Melodien, die zwar auch plausibel sind, aber eben anders sind als notiert. Dann könnte es sein, dass ihr Tonleitern und Skalen erkennen müsst. Und eventuell auch verschiedene Instrumente erkennen müsst. Also da gibt es zum Beispiel eine Übung, dass euch ein Orchesterwerk vorgespielt wird und ihr seht dann die Partitur. Und ab Takt 5 fehlt zum Beispiel die Oboenstimme. Da müsst ihr natürlich erst mal hören, was ist überhaupt die Oboe, was spielt die gerade? Und dann eben auch noch diese Melodie notieren. Das ist aber schon eine sehr fortgeschrittene Übung. Die ist jetzt nicht Standardrepertoire in solchen Eignungsprüfungen, könnte aber durchaus vorkommen. Okay, und dann der praktische Teil. Der ist natürlich sehr davon abhängig, was ihr dann im Endeffekt studiert. Aber meistens sieht es so aus, dass man ein Hauptinstrument hat und auf diesem Hauptinstrument typischerweise drei Werke vorspielt aus unterschiedlichen Epochen. Also es geht dann nicht, dass man einfach nur drei Popwerke zum Beispiel vorspielt, sondern das muss dann ein Werk aus der Barockzeit sein, eins aus der Romantik zum Beispiel, eins aus dem Impressionismus oder wie auch immer. Was die Schwierigkeit angeht, sollte das so mindestens auf Stufe 3 des Jugendmusiziert-Katalogs sein. Aber da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, nicht zu schwierige Werke zu nehmen. Also nehmt lieber leichtere Stücke, also die natürlich trotzdem noch dieses Niveau dann mindestens haben, aber Stücke, die ihr noch gut technisch meistern könnt. Es kommt wirklich mehr darauf an, dass ihr die musikalisch gut gestaltet. Wenn ihr jetzt ein Instrument als Solofach studiert und auch wirklich konzertieren möchtet mit diesem Instrument, könnte es auch sein, dass da noch mehr gefordert ist als drei verschiedene Werke nur. Es könnte auch sein, dass ihr Gesamtwerke üben müsst und der Prüfer oder die Prüferin dann zum Beispiel eines davon auswählt. So als Einordnung zur Schwierigkeit vielleicht, wenn ihr Klavier als Hauptfach haben wollt. Meine drei Prüfungsstücke damals waren das Präludium und die Fuge aus dem wohltemperierten Klavier 1 von Johann Sebastian Bach in D-Moll, also die sechste Fuge und das sechste Präludium, die Brahms-Ballade Op. C Nr. 1 und eine Toccata von Aram Kaciatulian. Und dann ist es fast immer so, dass ihr auch das Pflichtfach Gesang habt. Das heißt, ihr müsst irgendwas vorsingen und das sollte auch im klassischen Stil sein. Also meistens müsst ihr zwei Werke vorsingen, eins mit Begleitung und eins A Cappella. Und da ist es natürlich auch gern gesehen, gerade wenn ihr jetzt Klavier als Hauptfach habt, dass ihr euch dann auch selber begleitet dabei. Das kommt immer sehr gut an. Aber ihr merkt schon, wenn ihr dann an einem Flügel sitzt, also typischerweise sind solche Ereignungsprüfungen an Flügeln, und dann spielt ihr und begleitet euch und singt dazu, dann muss man schon laut singen. Und das ist im Klassischen generell gefordert, dass ihr auch ein gewisses Volumen habt. Das heißt, es reicht nicht, dass ihr so grob die Töne irgendwie trefft, sondern ihr solltet schon wirklich eine ausgebildete Stimme auch haben. Ich habe damals nur für das Pflichtfach auch zwei Jahre Gesangsunterricht genommen, einfach um auch das Volumen zu bekommen. Das hat mir enorm geholfen. Und eben auch ein bisschen einfach eine Form in die Stimme zu bekommen. Wie gesagt, einfach Töne treffen reicht da nicht, sondern es sollte auch schon wirklich gut klingen. Auch wenn es nur das Pflichtfach ist. Und dann wird an den meisten Unis auch ein Nebenfach geprüft. Das ist nicht immer der Fall. Also es gibt auch die ein oder andere Uni, die das dann vielleicht weglässt. Aber typischerweise habt ihr auch ein Nebenfach und auch das wird dann geprüft. Meistens muss man da dann nur ein Stück vorspielen. Aber auch das sollte eher klassisch sein. Da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, je nachdem welchen Prüfer oder welche Prüferin man da hat. Und dann gibt es noch so Sonderübungen, die man dann macht. Also das kann auch sehr unterschiedlich aussehen. Auch da schaut einfach nochmal auf der Website nach von der Uni, wo ihr euch bewerben möchtet. Aber das könnten dann so Sachen sein wie Blattspiel am Hauptinstrument oder Blattspiel am Pflichtinstrument Klavier oder aber auch Blattsingen. Das sind dann meistens diatonische Melodien. Also ihr bekommt eine Melodie vorgelegt als Notenblatt und ihr müsst dann diese Melodie absingen, ohne dass ihr es jemals gehört habt. Und dann gibt es manchmal eben noch spezielle Sachen, zum Beispiel wenn man irgendwas Pädagogisches studiert, könnte es gut sein, dass man so eine kleine Gruppenleitungsaufgabe übernehmen muss und eine kleine Gruppe eben anleiten muss mit irgendwas, was man vorbereitet hat. Auch da schaut einfach nochmal auf der Website nach. Sowas steht dann da auf jeden Fall. So, wenn ihr das jetzt so hört, dann klingt das erstmal unfassbar viel und ihr denkt euch vielleicht, wo soll man da nur anfangen, wie soll man das alles lernen. Aber wie gesagt, keine Sorge, ich habe jetzt ja auch diese erweiterten Bereiche genannt, also einfach Dinge, die man jetzt nicht unbedingt an jeder Uni und in jedem Studiengang können muss. Die Basics solltet ihr, wie gesagt, auf jeden Fall beherrschen, einfach auch, damit ihr gut zurechtkommt in den Seminaren und seht diese Prüfung auch wirklich so an. Seht es einfach als Vorbereitung auf das Studium und nicht unbedingt als Vorbereitung auf diese Prüfung jetzt hin, dass ihr euch da irgendwie durch eine Prüfung durchmogelt oder so, sondern dass ihr wirklich das als Chance seht, dass ihr euch jetzt schon eben mit dem beschäftigen könnt, was dann hinterher im Studium drankommt. Und je mehr ihr da schon im Vorhinein könnt, desto mehr nehmt ihr auch hinterher aus den Seminaren mit, weil ihr einfach nicht mehr damit beschäftigt seid, über einzelne Töne nachzudenken, über einzelne Akkorde nachzudenken oder so, sondern eben das größere Ganze seht und die Musik dann auch eben mit ganz anderen Augen und Ohren wahrnehmen könnt. So, jetzt kommen wir zu den Tipps, die meine Musiklehrer mir auch damals mitgegeben haben. Also der erste wichtige Tipp ist, dass ihr euch an mehreren Unis bewerbt, weil ihr habt ja gerade schon gemerkt, dass die Anforderungen sehr unterschiedlich sein können und es hat dann nichtmals unbedingt damit was zu tun, ob das leichter oder schwieriger ist an der einen oder anderen Uni, sondern es hängt oft eben auch damit zusammen, womit man sich selbst vorher beschäftigt hat. Wenn man zum Beispiel schon vorher zwei Instrumente konnte, dann ist es ja auf jeden Fall gut, wenn man das auch präsentieren darf in der Eignungsprüfung, weil meistens fällt dann irgendwo an einer anderen Stelle irgendwas weg, was man vielleicht nicht so gut kann. Umgekehrt ist es dann natürlich blöd für einen, wenn man das gar nicht präsentieren kann und man dafür an der anderen Stelle eben eine schwierigere Aufgabe hat. Wenn man allerdings kein zweites Instrument hat und das extra für die Prüfung lernen müsste, dann ist es natürlich wiederum gut, wenn das nicht geprüft wird und man sich auf andere Dinge fokussieren kann. Also es ist oft eben auch eine individuelle Sache und nicht unbedingt etwas, wo man objektiv sagen kann, das ist leichter und das ist schwieriger, sondern einfach anders. Und indem man sich eben an mehreren Unis bewirbt, hat man eben eine größere Chance, einfach auch genommen zu werden. Aber bewerbt euch jetzt auch nicht bei zehn Unis, sondern schaut wirklich, dass es zwei oder drei Unis sind und fokussiert euch dann eben auf die Dinge, die ihr dafür können müsst. Der zweite Tipp ist, dass ihr selbst sicher auftretet. Die ganze Art und Weise, wie ihr auftretet, wird natürlich unbewusst auch immer irgendwie ein bisschen mitbewertet. Und vor allem fühlt ihr euch ganz anders, wenn ihr da reingeht mit einem selbstsicheren Gefühl und wisst, ich habe jetzt die Chance hier, meine Musik zu präsentieren. Als wenn ihr da reingeht und denkt, hoffentlich verschwiele ich mich jetzt gleich nicht und so, dann passieren natürlich auch automatisch viel, viel mehr Fehler, als wenn man da eben mit einer positiven und guten Einstellung reingeht. Und das führt uns auch schon zum dritten Punkt. Um eben dieses selbstsichere Gefühl zu bekommen, solltet ihr auch möglichst viel vorspielen. Also, dass ihr nicht nur für euch selbst übt, sondern dass ihr es auch übt, vor anderen Leuten zu spielen. Weil je häufiger ihr das macht, desto selbstsicherer werdet ihr auch und desto normaler wird es, vor anderen Leuten zu spielen. Und desto unaufgeregter seid ihr dann auch in der Eignungsprüfung selbst. Okay, das war es auch schon. Viel Erfolg bei eurer Prüfung und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.